so bin gerade aufgebrochen guten morgen maschine läuft fünf uhr 45 ich wollte eigentlich erst um sieben aufstehen dann um acht los aber ich habe dann im bett gelegen was mache ich hier ist ja quatsch zu warten bis sieben uhr deswegen bin ich los ist kein wind der wind kommt erst um acht oder gegen neun aber ich fahre jetzt sowieso eine stunde raus aus dem fjord hier am kapp vorbei und dann wird es schon kommen ich bin früh los weil ich baue ca 10 stunden 45 meilen bis krosnitz und es soll regen kommen 17 uhr und wenn ich das vermeiden kann mit dem regen dann fahre ich dann wieder früher los hat vielleicht noch einen schönen tag mal sehen beim letzten mal war es ja auch spektakulär mit dem wind ja herrliche sind jetzt drei tage hier drei nächte hier fantastisch so lange war ich noch nie am cap horn windsteuerung ist nicht aktiv habe das ruder hier eingepackt wenn ich motore ist das immer besser die ruderanlage wird so belastet das wackelt alles also das pendelruder durch die strömung von der schraube bewegt sich das ruderblatt zu doll und ich nehme an das bremst auch ganz schön so maschine ist warm ein bisschen gas geben und dann geht es los segel sind klar habe alles ausgepackt angeschlagen von mir aus kann ein bisschen wind kommen wird mir jetzt einen kaffee kochen wenn ich warm wasser habe müßchen essen und dann starte ich in den segeltag hoffe ich draußen ist auf jeden fall wind der ozean ist ein bisschen aufgewühlter nord-ost-nord-ost soll heute früh sein das heißt hart gegen an ab elf uhr habe ich nord-ost das wäre von der seite mal sehen ob das so eintrifft ok so man muss es mögen noch kein wind bin jetzt raus aus dem fjord aber völlig ruhig und jetzt bin ich vorne im cap und will jetzt rechts rum ist noch nicht zu erkennen ob strom ist oder nicht man muss es mögen 23 meter tief hier und eine ordentliche welle hier zwei knoten wind wäre schön wenn ich die segel setzen könnte aber jetzt will ich hier nicht rumschlackern mit dem segel wind kommt von vorn aus nord-ost wie angesagt und ich will noch hier rüber rechts rum vielleicht passt das dass ich nachher den wind von der seite habe auch wenn es nicht reicht aber ist aus stabilisierung wäre nicht schlecht könnte hier durch mit viereinhalb knoten gerade und da ist sogar ein fischer kann man jetzt sehen der hat seinen spaß heute und holt sich seine fische ich könnte mir jetzt nicht vorstellen hier zu angeln oder so das wäre jetzt nicht unangenehm im wellenkrank hier ja was er ist gleich heiß und dann gibt es erstmal frühstück ich werde mit dem porridge machen bisschen haferflocken dazu müsse wieder mit rein dann genieße ich wenn es aufhört zu schwabbeln mein frühstück ja so bin fast da der regen hat mich auch reingeholt eben habe ich noch einen kleinen bogen gemacht weil der fischer hatte auch einen bogen gemacht der hat mich gerade geholt ich dachte der fährt direkt zum hafen der macht so einen bogen weil hier ist in der seekarte so eine klamotte eingezeichnet und da habe ich mal ganz schnell auch einen großen bogen gemacht jetzt fahr ich wieder zurück ich habe gerade segel eingeholt große gleich vorhin schon reingeholt weil der wind genau von hinten kam und das nur rumschlackerte und jetzt habe ich tropfen auf der linse jetzt bin ich hier kurz am hafen krossniss anachapur und das ist der namensgeber da der berg das ist der anachapur ja großer fjord aber nicht so recht was zum ankern in der richtung da vorne ist ein platz hinterm hafen direkt an der siedlung und das ist der platz wo ich doch das wlan habe hier deswegen bin ich ja hier wegen dem wlan ich bin heute glaube so um die 45 meilen ins internet gesegelt da muss ich noch hoch das ist der hafen hier ist eigentlich eine mole drumherum und hier ist der anleger wo ich letztes jahr gelegen habe mal und der ankerplatz ist denn hier hinten einer von den beiden so sieht es aus und hier ist der campingplatz da hinten und da kann ich mir das wlan dann holen einloggen so sieht es aus ja die fahrt war so lala war anstrengend mit den geschlackern mit diesen riesen schwellen mit den wellen da war wieder kein wind ganz kurz muss die maschine wieder anmachen zum anfang bin ich zwei stunden motor um das große cap rum cap horne um bin ich rum bis die wellen weg waren und dann sollte eigentlich heute nordost sein hatte ich ja gesagt bis zehn knoten elf knoten die sind jetzt da aber nicht aus nordost weil heute ist nur nordwest gewesen jetzt zum schluss würde ich sagen nordwind aber jetzt gut im fjord ist immer was anderes jetzt ist nordwest hier aber ich hatte die ganze fahrt über nordwest segel auf der backbordseite ja da vorne ist eine große mole und dahinter verstecke ich mich dann dann hoffe ich auf schönes wetter die nächsten tage hier ist das mal so schön wenn die sonne scheint hier drohne werde ich nicht mehr suchen dreimal besucht und dreimal gesucht und dreimal nicht gefunden jetzt ist schluss ja okay und hier ist ein kleiner lebensmittelladen das ist auch ganz wichtig weil ich habe nur noch eine angefangene milch joghurt ist alle fast kein obst und gemüse mehr obst habe ich noch ich glaube zwei apfel sieben das war ja auch nicht geplant ich wollte ja nur eine woche raus oder ein langes wochenende jetzt bin ich zwölf tage unterwegs dieselvorräte ist auch nicht mehr so prall und wassertank ist halb voll glaube ich könnte mal wieder einen hafen aufsuchen anlegen nach zwölf tagen mal sehen wie mir das gelingt heute und dann gucke ich nachher gleich mal ins internet wo man die wetterdaten wie das wetter werden wird die nächsten tage ob ich anker oder wo ich für anker gehe da hinten oder ob ich weil das ja auch nur eine steckdose steckdose heißt ja auch strom kann ich auch mal wieder elektrisch kochen heizen und die bettheizung tut auch mal ganz gut was wollte ich sagen habe ich vergessen so hard to see from the moment we arrive Cornelia you are one who will survive mein nachbar fischerboot wo ich eigentlich hin wollte ist nicht da der steg ist leer und bei der windrichtung hier werde ich auf dem steg gepresst das will ich nicht gehe ich eben ankern ein pückel zum ankern hört der regen auch auf fantastisch jetzt 7 meter und 40 meter kette gesteckt anker ist fest jetzt geht es wie ein bungee wieder nach vorne ja ich riecht gut hier muss ich mir nur einreden 8 stunden 242 meilen ein schnitt von fünf knoten 7,6 mal in der spitze das war auch mal eine böse oder eine große welle so sieht es aus windstill kleine hafen da ja sonst habe ich an dem steg gelegen da hinten da ist so ein kleiner ladesteg wo der blaue jetzt liegt ich hatte da ein bisschen strom von hinten ich werde mal gucken wie das hier ist mit der tide damit ich wenn ich hier wieder wegfahre nicht das gleiche dilemma habe also gegen den strom fahre werde ich mir genau die andere zeit gucken jetzt 14 uhr halb drei ist es jetzt und dann muss ich mal gucken wie die tide jetzt ist wann hochwasser ist da werde ich genau entgegengesetzt werde ich dann wieder zurückfahren ok mein Handschuh wird ganz nass es regnet schon wieder alles richtig gemacht bin jetzt hier Handschuhe könnt ihr euch auch mit rein nehmen oder hier draußen ist die Chance auf Trocknung sehr gering Möbel komischen Verhalten das steht die Rübe ja meine Utensilien bereinigen hier ich habe eine Cola getrunken unterwegs gegen eventuelle Kopfschmerzen Kaffee noch und dann muss ich mal ich bin ja kein Produkttester ich bin ja keine emergentizing ja mache ich nicht R3 Pork getrocknetes Schweinefleisch Barbecue von der Firma Barrazo nicht empfehlenswert schmeckt nicht habe ich geht gleich angefangen drei stücke probiert geht wahrscheinlich ungebremst in Rundordner in Müll oder sowas muss man milken ja habe gedacht so als Wegzehrung unterwegs ein Snack nebenbei da esse ich lieber Trockenfisch also so eine Krümel an Trockenfisch mag auch nicht jeder aber das mag ich eben bei Ostwind würde ich da hingehen das ist kein Problem dann werde ich abgezogen von dieser Spundwand aber bei ehem Nordwind dann werde ich da aufgedrückt das würde ich nicht ok jetzt gibt es jetzt mal Kaffee 15 Uhr ist coffee time 2 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 4 5 5 5 6 6 7 5 5 5 5 5 8 Maschine läuft für 500 Meter hier oder ich weiß nicht wie lange eine kleine Stücke bin wir vom Angerplatz weil die Fischer haben wir jetzt Wochenende frei und dann lege ich mich da einfach zu den altbekannten Fischer soviel Fakzi heute soll noch heftiger Wind kommen aus der Richtung tritt auch momentan so ein und dann liege ich hier am Pier hervorragend wird abgezogen von den Fisch-Traulern oder von dem Pier, so dass die Welle immer hinten rumkommt beim Heck. Wir brauchen am Ankerplatz die Welle von hinten. Mein Boot klingt auch wie ein Fischkutter. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, an diesem schönen Liegeplatz bleibe ich bis zum nächsten Tag. Doch der Wind dreht und presst mich doch unangenehm auf das Fischerboot. Und ich wage dann mal bei Hochwasser, in dem laut Karte viel zu flachen Hafen und hoffe, dass der Wasserstand ausreitet. Ich brauche unbedingt 2,10 Meter, lieber ein bisschen mehr. Bei 2,40 Meter würde ich sofort stoppen. 3,20 Meter, 3,10 Meter, ach du Scheiße. 3 Meter, 2,90 Meter. 2,70 Meter, 2,60 Meter, 2,70 Meter. 2,70 Meter steht bei 2,70 Meter. 2,60 Meter, 2,60 Meter. 4,50 Meter, 3,80 Meter. 4,70 Meter, 3,90 Meter. 5,10 Meter. Das ist mein Boot. Mein Boot kann nicht auf diese Ente bringen. Ich versuche es. Ich gebe dir eine Rope. Dann wird es eine Rope fixiert. Ich gehe zurück. Dann wird es in der Mitte fixiert. Jetzt. Ich gehe zurück. 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 Ich habe den Schlauch geholt. Ich habe den Schlauch geholt. Hier von dem Kran. Das Strom und Wasser. Jetzt fülle ich den Wassertank mal wieder. Wenn ich schon mal die Chance habe. Dann brauche ich nicht sparen. Immer sehen, dass ich am nächsten Hafen komme. Denn der Tank ist jetzt schon unter die Hälfte. Nicht mehr halb voll. Das mit dem Diesel hat ja wunderbar funktioniert. Ich habe dem Fischer Geld gegeben. Er hat mir einen Preis genannt. Und da habe ich gar nicht gezögert. Das bedeutet besser an der Tankstelle. Ich gehe einen Euro weniger als an der Tankstelle. Und da habe ich sofort zugeschlagen. Er hat aber nicht genug Kohle mit. Ich habe dann nur 100 Liter jetzt genommen. Und er hat mir nur 100 berechnet. Und da passen ja immer. Ja, da passen ja immer. Ja, da passen ja. 22 Reihen oder so. Gut 110 Liter. Für weniger Geld als an der Tankstelle. Das war mal ein guter Deal. So, jetzt noch Wassertank. Die Fischer haben nämlich so einen speziellen Preis an der Säule. An dem dicken Fass, was da hinten steht. N1. Da haben die einen besseren Preis als ich an der Zapfsäule. Ja. Was werde ich tun? Ich werde wahrscheinlich den Tank auffüllen. Dann passt auch noch was rein. Ja, und dann wird es spannend. Jetzt ist die Mitte ungefähr vom Hochwasser zum Niedrigwasser. Und ich war ein bisschen ängstlich. Und jetzt sind noch 2,70 Meter. 2,70 Meter jetzt noch. So 2,10 Meter brauche ich. Es müsste jetzt noch 50 Zentimeter sinken. So meine Berechnung. Dann habe ich 2,20 Meter. Das ist nicht viel. Naja, wenn das Boot leicht aufsetzt hier. Es sind ja keine Steine im Sand. Ist ja nicht so schlimm. Hauptsache es wird nicht viel weniger. Und der Wind bleibt aus der Richtung. Dann werde ich nämlich abgezogen. Dann kippe ich so ab. Dass sie mich hier anlegen an die Steinwand hier. Ja, wenn ich mich komplett an die Steinwand lege und das Wasser geht ganz weg. Dann kann ich gleich das Unterwasserschiff machen. Ich liege hier im Hafen. Weil morgen ordentlich Wind kommt. Und da hinten an dem Fischer da hinten. Das hat mir nicht gefallen. Das ist so ein Lärm. Habe Fender unter das Heck gebunden. So ein Geklatsche. Andersrum genau das Gleiche. Da steht so eine Welle drauf. Und wenn morgen... Das waren nur 15 Knoten gestern. Und jetzt kommen 25 morgen. Und da muss ich dann nicht. Deswegen habe ich mich heute hier reingefädelt. Kurz vor Hochwasser. Eine Stunde vor Hochwasser. Hier liege ich. Sehr sehr ruhig. So. Jetzt erstmal Wasser filmen. Zack. So. Jetzt in der Sonne noch einen schönen Kaffee trinken. Das ist aber auch ein kleiner Hafen hier. Das ist unglaublich. Hier rein. Zum Wenden ist hier nicht. Wenn ich hier raus will. Geht auch nur bei Hochwasser. Weil da vorne ist echt flach. Eine Hafeneinfahrt. Das ist zu flach. Und kann hier rückwärts raus. Mich kurz hängen lassen. Alle Leinen klarieren. Und dann kann ich bei Hochwasser hier raus da. 2,40 Meter. Ich glaube ich habe es geschafft. Aber schneller. Immer zu gebippert. Wie weit es noch runter geht. 2,10 Meter habe ich Tiefgang. Und jetzt ist Low Tide. Also 18,35 Meter. Ist Niedrigwasser. Jetzt fällt das nicht mehr. Es sollte durch dummen Zufall, wenn es nicht stimmt. Der Referenzort da hinten. Das sind ein paar Meilen weg. 50 Meilen. Aber das sollte ja kein großer Unterschied mehr sein. Ja. Der Liegeplatz ist ruhig. Aber man starrt komplett auf eine hohe Mauer. Tidenhub 1,60 Meter. Und wenn ich oben bin wieder bei Hochwasser, dann kann ich rübergucken mit der Mauer. Und auch hier zum Pier ist es dann leichter. Morgen. Pfeift immer noch. Ich gucke mal auf die Tiefe. Ist jetzt schon eine Stunde nach Niedrigwasser. 2,30 Meter. 2,40 Meter. Und jetzt sind 2,60 Meter. Ist aber auch Nippzeit. Nicht springen, sondern ist genau jetzt Nippzeit. Das ist Neumond. Und da ist die Tie, die ja nicht so stark ausgeprägt ist. Hier nur 1,40 Meter glaube ich. Oder 1,60 Meter. Und wenn Springzeit ist. Wenn Vollmond ist. Dann ist hier mehr. Und dann müsste ich mal gucken, ob man hier am Vollmond auch hier liegen kann. Witzige Geschichte. Der Hafen ist nur für Neumond. Das ist kein Vollmondhafen. Das ist ein Neumondhafen. Ja, also für mein Boot. Wahrscheinlich ist hier mehr Tide denn. Wenn hier über 2 Meter Tide ist, dann habe ich hier keine Chance. Ich würde da gerne längst liegen. Hier an der Seite. Dann habe ich den Wind von vorn. Mit dem Cockpit. Mit dem Cockpit dann Sonne. Aber es kann ja sein, dass heute der Wind noch aus Süd kommt. Das wäre von da. Und dass er mich dann über die Mauer hier auf den Steg rauf drückt. Das ist dann auch nicht so prall. Okay, jetzt gehe ich mal an Land. Ich mache mal eine Runde. Und gucke mir den alten Liegeplatz da hinten an. Bei den Fischern. Mal sehen, wie brutal es dazugeht. Ich hatte kurz überlegt. Ach, das ist schlimm. Kann das nicht kommen. Aber ich gucke mir das jetzt mal an. Okay. Let's go. Okay. Hier ist eine Leiter. Zack. Ich bin auf jeden Fall der Lauteste hier im Hafen. Hier wird alles angebunden. Alles was irgendwie los ist und transportabel ist, wird hier gegen Wind gesichert. Aus beiden Richtungen. West und Ost. Der Nordwind, der verstärkt sich hier hinten über den Ingolf hier. Du pfeift es dann rüber, verstärkt sich und dann pfeift es richtig durch. Hier die alten Container. Alles wird angebunden. Auch hier die Hütte. Das ist so eine Fischerhütte. Die Autos fahren nicht mehr. Und die Fischer haben ja so ein Limit hier zu arbeiten. Die dürfen immer nur von Montag bis Donnerstag hier arbeiten. Die Fischer. Und maximal so und so viel Fisch reinbringen. Bringen sie mal rein. Maximum. Mehr dürfen sie nicht. Das ist so die Limitierung hier. Und von Montag bis Donnerstag. Und dann in der Zeit schlafen die dann hier in ihren eigenen Wohnmobilen, die nicht mehr fahren. Da haben sie eine kleine Unterkunft. Und bei Niedrigwasser sieht man hier ganz viele Steine. Ich möchte hier nicht rauf geraten, wenn ich den Hafen nicht schaffen würde. Hier sieht man die schmale Einfahrt nochmal. Sieht von hier aus nicht schmal aus. Aber die Steine gehen da so schräg runter und ich muss genau in die Mitte fahren. Und da hatte ich bei kurz vor Hochwasser, hatte ich da 2,60 Meter. Also komme ich hier bei Niedrigwasser gar nicht aus dem Hafen raus. Gar keine Chance. Ja, hier ist mein Liegeplatz von gestern. Bei den Fischerbooten sieht man nicht, dass die schaukeln, dass denen das nicht so gut geht. Auf jeden Fall hätte ich nicht mit dem Heck hier liegen können. Das wäre nicht möglich gewesen. Hätte ich auf jeden Fall umdrehen müssen. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich es schon umdrehe, kann ich auch mal versuchen in den kleinen Hafen zu fahren. Ich bin jetzt das dritte Jahr hier und habe immer geträumt, da mal rein zu fahren und mir das zu trauen. Deswegen Hochwasser und Flaute, dass es auch schön ruhig ist. Ja, der Wind geht noch. Ist aber gerade eine Flaute. Das ist ein kleines Windloch. Hier habe ich gelegen. Aber wenn ich die Wahl habe, muss ich ja nicht raufgepresst werden. Es muss ja nicht alles herausfordern hier. Material leidet ja trotzdem, auch wenn ich gut abgefendert bin. Ja, der Fischer hat sich besonders bequem gemacht. Der hat einen dicken Fernsehsessel. Der Wind kommt heute auch noch. So, mein Rundgang durch Krosnest, Arnes-Repour. Schöne Gegend hier. Und wenn man das mit dem Auto erreichen will, wir waren einmal mit dem Pick-up hier. Wir haben da hinten übernachtet im Schnee. Erst wollten wir hier schlafen, weil hier auch Strom ist. Und haben uns dann aber doch da zu diesem Supermarkt im Windschatten verholt. Das war Schneesturm, die Nacht. Und da war es dann ruhiger. Wir konnten zwar nicht heizen, aber wir hatten uns schön ruhig. Und wenn man hierher will mit dem Auto, ist das alles Schotterpiste. Und ich bin der Meinung, das sind 90 Kilometer Sackgasse. Hier ist nämlich Schluss. 90 Kilometer. Wenn man sich da verfährt, endet man hier in Krosnest. Hier ist noch ein Fass angeschwommen. Das werde ich mal retten. Nicht, dass es ertrinkt. So, da kann sich das eine wegholen hier. Die erste gute Tat für heute. Heute ist Sonntag. Die Wetterprognose sieht aus, als wenn ich morgen hier weg kann. Ein bisschen Südwind und ein bisschen Ost und Südost hier raus. Und nämlich dann rumtricht ums Kap Horn. Denn ich muss euch ein Geheimnis verraten. Ich muss zurück nach Isafirdo. Weil Antje kommt. Aber nicht weiter sagen, das weiß nur ich. Antje ist auf dem Weg hierher. Ich freue mich total. Jetzt ist Hochwasser. 2,80 Meter, immer 2,90 Meter. Jetzt genau. Eigentlich ist es 14 Uhr Hochwasser. Jetzt ist es 13 Uhr. Ich will los. Und weil hier kommen die Fischer jetzt wieder heute. Der eine war schon hier und will tanken. Ich blockiere das ein bisschen den Platz hier. Und ich will ja auch nicht ewig hier an der Mauer hängen. Ein bisschen Hochwasser müsste noch kommen. Ein bisschen mehr Wasser. Aber ist okay. Das reicht aus, dass ich hier rauskomme. Da vorne ist die enge Ausfahrt. Da will ich jetzt durch. Jetzt hat der Wind allerdings gedreht. Das kommt aus dem Osten hier. Und das ist nicht so gut. Weil ich kriege mein Boot hier nicht raus. Ich will nicht rückwärts rausfahren. Ich kann mein Boot immer nur beim rückwärts fahren. Meine Schraube dreht so, dass ich nach Steuerbord gezogen werde. Ich will mein Heck hier rum haben. Und das funktioniert hier nicht. Da kann ich meinen Ruder drehen wie ich will. Auf dem kurzen Ende hier, die 5 Meter, kriege ich mein Boot nicht rum. Deswegen werde ich das mit den Leinen machen hier. Hier hinten drauf auf die Heckklampe. Und die Fender hier, die sind sowieso immer hier. Die kommen genau in die Betonkante. Und dann drehe ich mein Heck hier so rum. So ist der Plan. Ich mache das normalerweise andersrum. Und dann vorwärts eindampfe und mein Heck hier an die Wand presse. Und dann den Bug so rumfahre hier. Aber ich habe da nicht genug Platz. Das reicht nicht. Ich brauche hier hinten 5 Meter Festmacher. Da kommt der Wirk. Und das dann zu kurz da mit dem Fischer. Wenn ich da vorne ein Fischer kuschieren. Okay. Dann legen wir los. Das ganze Boot schiebt sich ja jetzt über den Kiel. Da ist da eine Menge Widerstand. Wenn es so einen langen Kieler hat, dann hat man noch mehr Fläche. Dann drückt das wahrscheinlich noch mehr Gas. Ich habe jetzt halbes Gas schon. 1.800 Drehung. Jetzt kommt gerade ein bisschen Wind. Der drückt dann wieder ran. 1.800 Drehung 1.800 Drehung 1.800 Drehung Märke Auf dem Festmacher. Wenn ich gerade bin, dann nimmst du das Gas weg. Dann dampke ich nicht wieder schräg. Und dann景aja. Dann habe ich immer wieder Ruder Wirkungen. Uäter und De Festmacher liegen hier dasser Auf Springen. Man kann ihn dann praktisch runterziehen. Ich brauche dafür keinen zweiten Mann. Klasse Einhandmannöte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017